Hallo zusammen, mein Name ist Janis Niewöner. Liebes Kino International, alles Gute zum Jubiläum. Wir hatten eine wundervolle Premiere damals mit Kids Run und überhaupt seid ihr ein Ort, wo man hinkommt und wirklich alles stimmt. Alles ist das, was man vom Kino erwartet und was einen auch schon allein von den Räumlichkeiten an diesen Ort bringt und dann sieht man da wundervolle Filme. Vielen Dank und bis bald. Bis bald.